Einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover. Ein klein wenig müde, aber top motiviert starten wir den Tag 2 des Bundesparteitages. Es steht wieder ganz schön viel auf dem Programm und ich würde sagen, los geht's. Der zweite Tag des Parteitages ist bestimmt von den Antragsberatungen, bei denen zu den verschiedensten Themen abgestimmt wird. Viele davon tragen natürlich auch die Handschrift der Jungen Union. Selbstverständlich gibt es auch heute wieder spannende Impulse und den ein oder anderen Special Guest. Hier läuft gerade Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, ein. Wow, was für ein Wochenende! Der Bundesparteitag ist rum und die Junge Union war sehr präsent. Wir haben die Antragsbücher gefüllt und konnten so unsere Themen auf die Tagesordnung bringen. Wir haben uns stark gemacht für die junge Generation und in vielen Wortbeiträgen haben sich unsere Redner für die Themen eingesetzt, die uns wichtig sind. Eins ist klar, wer die politische Zukunft in Deutschland gestalten will, der kommt an der Jungen Union nicht vorbei. Und das war's mit der Spezialausgabe von PUSCH hier vom Bundesparteitag in Hannover. Ich sage danke und gehe jetzt ein bisschen Schlaf nachholen. Bis dann! Jungen! 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 Jungen!